Ich habe mich gerade gefragt, ob wenn man, zum Beispiel hier, wenn ich das jetzt zerschlage, liegt hier der Eisenblock rum, ne, der Eisenblock. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob wenn man speichert und der da rumliegt, oder man lädt, ob der dann immer noch da rumliegt. Das hat zwar keinen richtigen Sinn, habe ich das mir einfach mal gefragt. Ich glaube nicht, was sagt ihr da? Also, was glaubt ihr? Würde mich nicht mal interessieren. So, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir die Kohle. Ha! Hallo! Ja, bist du süß. Aua, das macht sogar Schaden, hey. Ach komm, geh mir auch nicht auf den Sack. Das nervt dir mich langsam. So. Hm, gibt's nicht Spawner mit, äh, Creepman drin? Vielleicht, weiß nicht. Aber ich glaube eher nicht, weil sonst würden die ja einen Spawner hochspringen. Oder ist doch was immun. Ja, so, haben wir die Höhle auch mal wieder. Machen wir das Ganze mal wieder zu hier. Aber machen wir einfach so. Ach komm, und hier sind jetzt alle gespawnt, oder was? Na toll. Naja, egal. Nicht kein Problem. Okay. Geht's hierhin? Na gut, ich geh mal wieder hier hoch. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ach ja. Hier ist jetzt auch nicht weiter zu gehen. Toll. Ich geh mir hier gerade voll nicht aus. Ne, das war das. Na, das mach ich mal schnell zu. Zack. Ah, hier wieder hoch. Wollen wir echt mal interessieren, wo es hier hingeht. Ah, das war das hier. Von Tröpfel. Äh, stellen wir das Essen. Mal das Essen in die Leiste. Und weiter geht's. Okay, ich dachte gerade einen Moment schon, da sind, da ist eine weitere Höhle. Ähm, hat sich auch rausgestellt, dass da keine ist. Finde ich jetzt gut. Ah, da oben ist noch ein bisschen Eisen. Ah, lassen wir uns entspannt hier. So, hier haben wir das Eisen abgebaut. Hier ist eine Sackgasse. Jetzt schließen wir mal schnell. Okay, ich noch mal reinlaufe. So, hier geht's hier hin. Nichts. Aua, 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 aua. Ja, so schnell kommt man wieder auf den Boden des Lebens zurück. Alles klar. Ja, und ich hab... Finally hab ich meinen Weg ja doch wieder zurückgefunden. Zu meinem alten Ding. Bäm. Irgendwie krieg ich hier immer Schaden. Naja, egal. Rein, raus. Irgendwie herunter. Hier ist ja schon... Hier ist ja ein Loch im Boden. Gut, bevor ich mich jetzt wieder weiter... Zu weit entferne. Ich bin hier zurück und warte, bis die ganzen Sachen fertig gemacht sind. Oh, zweieinhalb Stunden nehm ich jetzt schon auf, hey. Muss ich mich gerade mal rechnen. Wenn, ähm, acht Minuten fünf Gigabyte brauchen. Also, fünf Minuten fünf Gigas. Dann dürfte mein externe Byte voll sein. Mal schauen hier. Okay. Ah, ich liebe es, wenn's draußen regnet. Das ist so schönes Wetter. Ganz ehrlich. Ich mag das einfach nur. Das ist echt herrlich, finde ich. So, hier kann man mal wieder andere Gunpowder reintun. Und hier Coal. Langsam entspannt sich das Ganze doch mal. Mal schauen. Okay, wir brauchen einen neuen Helm. Machen wir uns einen neuen Helm. Okay. Eisenhelm. Dann wollen wir nochmal eine neue Pickaxe. Super. Nochmal eine neue Axt. Na, wo die Axt lassen wir mal. Das ist klar. Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich heute mal überlegen. Ähm, zwei. Und dann noch. Ähm, äh, oh. Oh, das ist genau eins über dem Stack, hey. Da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich das mach. Ich denk mal. Ich mach jetzt hier mal ein Schwert aus Eisen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ein Schwert aus Eisen. Das kostet ja nicht viel Eisen. Das kostet genug. Nein, nicht eine Schaufel. Ein Schwert. Ja, nee, das braucht schon mehr Eisen, aber macht nichts. Ein Eisenschwert. Sehr schön. Dann können wir jetzt auf jeden Fall mehr anfangen als mit diesen dämlichen Steinschwertern. Die ganze Zeit. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt nach zweieinhalb Stunden werde ich mal wieder die Aufnahme beenden. Ähm, mal jetzt langsam auch. Naja, man könnte nicht sagen, ich hab keine Lust mehr, aber es wird langsam recht lang und ich will auch gerne mal wieder was anderes spielen. So, mit diesen zwei Eisen sag ich jetzt gute Nacht oder guten Abend oder guten Morgen oder bis dann, ne? Ciao.